Las Vegas ist die größte Stadt im US-Staat Nevada. Sie ist vor allem wegen der vielen Casinos bekannt, die sich vor allem entlang des Las Vegas-Trips angesiedelt haben. Die Einwohnerzahl auf eine Fläche von 340 Quadratkilometer beträgt ca. 630.000 Einwohner. Und dass die alle trinken und essen, ist ganz klar. Und deshalb fahren ca. 2000 Lastwagen pro Tag Las Vegas an. Denn Las Vegas liegt in der Wüste und in der Wüste wächst nichts Besonderes. Und die Ansprüche der Touristen und der Spieler in Casinos mit ihren Buffets sind sehr groß. Diese Lastwagen sorgen dafür, dass in Las Vegas niemand hungert. Und die Fahrer, die kommen beinahe zu kurz. Sie müssen zwar nicht hungern, aber sie müssen irgendwann auch mal übernachten. Gerade in Las Vegas sind die Parkplatzprobleme für Lastwagen genauso groß in der Zwischenzeit wie in Deutschland. In Deutschland stehen sie an Autobahnen schon auf den Standstreifen und hier in Las Vegas tummeln sie sich auf Casinoparkplätzen. Sie werden geduldet, denn sie bringen dir auch die Nahrungsmittel fürs Buffet. Das ist ein paar Minuten bis zum Sp어�chen.